Hallo zusammen, heute geht es wieder mal um eine schwachsinnige Verordnung der EU. Die EN 378-1, das ist ein Monster von der Verordnung. Und das hat dann auch ein Herr Juncker oder ein Alkoholiker unterschrieben. Ob der das durchgelesen hat, weiß ich nicht. Aber verstanden hat der das nicht. Das kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Es geht um diese Notbeleuchtung. Diese Notbeleuchtung müssen leuchten. Und zwar Kühlräume unter 0 Grad ab einem Inhalt von 10 Kubik. Also das sind 2 Meter mal 2 Meter mal 2,5 Meter hoch. Und wenn ihr da mal drin gewesen seid, da hat es noch Regale rundherum und Ware drin. Die sind also wirklich nicht groß. Ab dieser Größe braucht es eine Notbeleuchtung. Diese Notbeleuchtung muss funktionieren ohne Stromanschluss, also bei einem Blackout oder so. Muss eine bedingte Leuchtleistung haben von 2 Lux. Muss aber 2 Meter über dem Boden angebracht werden. Aber der, der die Verordnung geschrieben hat, hat nicht festgestellt, dass sehr viele Kühlzellen nur eine Innenhöhe haben von 2 Meter. Wie soll man dann diese Leuchte auf über 2 Meter anbringen? Loch schneidend in der Decke und oben hin, also Isolationswert ist ja wieder was anderes. Also eine Verordnung über eine Lampe in Kleinkühlräumen, die keinen Sinn macht. Meistens lassen die Leute die Tür sowieso offen. Wenn sie da reingehen, irgendwas reinstellen, da macht keiner die Tür zu und bewegt sich da irgendwie. Dies wird dann von der Berufsgenossenschaft oder vom Arbeitsinspektorat kontrolliert. Also wir haben wieder eine EU-Norm, die sehr viel Bürokratie bringt, die Leute beschäftigt, die Steuergelder kosten. Das sind dann nicht positiv Steuerzahlende. Das Geld muss ja dann irgendwo wieder herkommen. Und somit steigt ja die Bürokratie, alle 10 Jahre verdoppelt sich die. Da könnte man ausrechnen, im ersten Jahr haben wir 1%, nach 10 Jahren haben wir 2%, nach 20 Jahren 4%, nach 30 Jahren 8%, nach 40 Jahren 16%, nach 15 Jahren 32%, und bei 70 Jahren wären wir theoretisch über 100% Bürokratie. Ich habe mittlerweile jeden Tag so eine Bürokratiehörde, wie ich komme nicht mehr dazu zum Arbeiten, etwas tun, etwas bewegen, sondern nur noch, um solchen bürokratischen Mist zu erledigen. Den mich nicht weiterbringt und die Wirtschaft nicht weiterbringt, nur die Bürokratie wird weiter gefördert und das ist es so. In diesem Gesetz drin ist auch der Personenalarm umschrieben. Da mache ich euch hier ein Video, habe ich schon gemacht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.